wenn man so interessieren oh mann ich realisiere jetzt erst die top donation und die recent donation cool was ich vorhabe ich wollte gerade eben schon eine hope bauen ja warum geht das nicht warum brauche ich eisen ich verstehe es nicht das muss doch gehen steffi hat auch gesagt weil das was ist quatschkoppel daraus kann man doch auch normal pflaster stein machen wollen so jetzt habe ich koppelstern ja das ist standard geht nicht und ich weiß dass das nicht standard sein muss übrigens warum ist das bei mir baggie probier mal mit eisen ja weil kann doch nicht sein dass ich nichts mit stone machen kann hat ist das denn für eine scheiße mit eisen soll ja gehen aber wir haben noch aluminium weißt du das kann doch nicht das billigste sein so wir brauchen sammeln sammeln steffi hat sammeln gesagt dann wurde das einfach im modpack gesperrt ist das denn für eine abart okay jetzt reicht es aber auch wieder weil wir starven nämlich schon wieder wir haben hier noch nicht geschlafen okay da würde ich sagen machen wir hier unten die felder hin ding mystcraft hä naja hier haben wir doch wasser jetzt fahr mal ab hier ich weiß das machen wir hinterher noch schön was immersive engine strawberry alle klar meins so wehe wehe du gehst da dran dann gnade dir gott my friend strawberry das heißt wir haben erstmal essen geilo nein ich wollte gerade essen willst du mich verarschen wieso geht erst die hungerleiste nicht runter was ist das warum ist man instant tot lol 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 tja was soll ich jetzt machen ne da bleibt jetzt leider nichts anderes übrig als dazu kaputt zu machen geil ja das war jetzt nice dass ich da oben gespawnt bin aber ich hätte ganz gerne oh fuck oh fuck wie komme ich denn nochmal auf die karte hier wir sind da und wo ist unser zuhause sehe ich das hier auch irgendwo ich bin hier na so und wo ist mein zuhause auch dort sind ja nur ein paar kilometerchen alter das irritiert voll ähm wie kann ich das hier weg machen rangi also das hier diese des hätte ich ganz gerne ähm es geht gar nicht ich konnte mit einer steinspitzhacke die gräber nicht abbauen äh geht das aber mit einer ähm geht das mit einer mit einer mit einer mit einer äh dingens so die lassen wir stehen damit die sich wieder vermehren eisenspitzhacke geht das das machen wir auch aber später eisenspitzhacke ok ja waypoint ist ja die lied das habe ich ja auch gemacht hat ist ja kein problem aber deswegen ist ja der dinge nicht ähm ähm hier nicht weg ähm na das grab das was du noch siehst ist das grab aber was mir tatsächlich fehlt ist ähm dass die hungerleiste erst runter geht normalerweise bekommst du schaden ähm normalerweise bekommst du in minecraft schaden und stirbst dann so ich habe aber noch nicht mal schaden gekriegt oder so sondern ich bin ja instant tot und das nervt mich gerade immens ich weiß dass der grabstein nichts mit dem wegpunkt zu tun hat ich habe ja auch nicht gesagt dass ich den wegpunkt weg haben will sondern dass ich einen grabstein weg haben will okay welcome to the mod minecraft ne also ich weiß hundertprozentig dass auch in dieser mod das normalerweise runter tickert du bist nicht instant tot ja das war ja meine frage wie kann ich einen grabstein abbauen und nicht wie kann ich einen waypoint weg machen oder so das habe ich schon herausgefunden sondern wie kann ich diesen scheiß grabstein abbauen sonst habe ich hinterher 10.000 grabsteine hier in der welt ne ich konnte selbst mit einer steinspitzhacke nicht abbauen selbst das ging nicht sonst musst du mit chinkas werkzeugen probieren das ist doch mal man was ist hier mit der maus heute los das ist doch gar nicht mal so verkehrt hä ich bin hier gestorben und da ist mein grabstein nein hu man das habe ich doch eben gemacht da bin ich da drauf gegangen so hier drauf und warte und warte da nein nein remove so guck mal jetzt haben wir sogar eine diamond hole ho 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 so man jetzt sind wir schon mal gestorben das ist irgendwie nicht so geil also nicht zum ersten wir sind es nicht zum ersten mal gestorben aber na okay ich bin voll 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 machen wo ist denn mein eisen moment steffi steffi ist voll ja siegier mal was denkst du denn hallo schweini blau blau oder voll so ich hätte jetzt gerne ein bettchen zack 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 und wolle so wenn wir das nächste mal sterben dann sterben wir hier bei uns zu hause voll voll da musst du dich besser ausdrücken natürlich ist steffi voll toll aber das ist aber lieb von dir so wenn wir das jetzt mal hier und so so jetzt müssen wir aber erstmal ein grundgerüst haben na so was wir brauchen ich hasse es alter ich bin so zugemüllt na so pass mal auf ah guck mal wir haben ja noch zwei truhen die stellen wir hier auch nachher kein thema da kommt nämlich der ganze andere klumpatsch nämlich jetzt mal hier rein ja was wir jetzt hier gerade überhaupt nicht gebrauchen können da die ganze hier lumpe hier so du kommst da auch rein du kommst da rein du kommst da rein ich weiß das ist alles gerade total gut sortiert von mir aber wir brauchen wut ja so wie das spiel das hier auch schon sagt wut so dann ich hab doch bäumchen ah guck mal unser apfelbaum oh wie nice oh cool aber kann auch sein dass die bäume hier nicht so wachsen wie sie sollen und was wir auch gebrochen können ist sowas hier nehmen wir mit jetzt machen wir erstmal hier die äh wooden eggs weg und wir haben in der stadt ja noch so ein hammer gesehen ne das holen wir uns auch gleich ich will mal wissen ob die sich hier auch automatisch einpflanzen ich weiß nämlich bei gronke und so haben die sich alle automatisch eingepflanzt die bäume so da hinten ist schwarzeiche das holen wir uns mal also wenn die sich hier auch ähm ähm hahaha my friend nicht mit mir da oh guck mal da ist auch noch was wir müssen jetzt aber auf unser essen achten damit wir nicht wieder sterben weil das wäre echt uncool oh hier wird uns ne höhle markiert sehr schön mit diesen okkulten hier damit werden wir uns auch noch beschäftigen aber wie gesagt erst ganz ganz später das ist ähm jetzt noch nicht also so taumkraft und mystkraft und sowas das kommt alles erst ähm ja ganz spät so du müsstest aber greatwood ist greatwood mein äh lieblingsholz ich glaube ja ne ja das sieht juda aus warum habe ich so kleine ärmchen na wir brauchen jetzt hier die erstmal auf ich weiß ähm das äh das natürlich jetzt länger dauert mit dieser erks hier aber ganz ehrlich wir haben die uns gecraftet und wir sind ja ganz am anfang von minecraft also kann man die auch ruhig mit benutzen bis sie den geist auf gibt weil so gut sind wir mit eisen nämlich auch noch nicht bestückt so alter ist das hier hoch na da oben ist auch noch äh ich glaube wenn wir diesen einen baum hier nur schon gefällt haben dann haben wir erstmal genug holz wa und weißt du was wir mal machen können so alter wir kommen immer noch nicht dran also überall dran kann das sein dass die hier größer sind als den vanilla oder ist das gar nicht mein schwarzeichenholz mein schwarzeichenholz alter ist das ein riesen baum ähm ja rangi ja rangi bitte schreiben sie weiter herangold kein plan ob das die schwarzeiche ist ich weiß es nicht ich glaube nicht ich glaube das heißt dark dark oak wood ne die schwarzeiche die schwarzeiche aber der baum hier der ist gott sei dank nicht übertrieben groß oder so warte mal wir müssen mal von der anderen seite jetzt dran auf jeden fall kriegen wir richtig schön viel holz womit wir dann auch schon mal ähm ein bisschen arbeiten können so jetzt bin ich mal 20 minuten weg alles klar da bis gleich jogi so war es das jetzt hier mit dem nein natürlich nicht alter da ist ja noch mehr so aber jetzt oder nö alter was war das für ein mammutbaum nicht wahr ist ja bin gleich aber auch noch mal weg so so ich hoffe wir haben jetzt alles plöp 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 haben wir setzlinge nö keine setzlinge da ist auch nix reingeplumpst oder so alter naja die werden ich hab nicht wieder auf meine hungerleiste geachtet ach nö oh oh und jetzt sind wir so slow oh oh shit ist was sammel was vom boden oder so ja hier ist leider nix hier ist gar nix komm die letzten 50 meter alter alter habe ich gerade ein risotto und unser apfelbaum wächst das ist sehr schön so dann wollen wir doch mal gucken können also wir werden uns hier niederlassen 9 ist hier einer schon drauf getrampelt 2 3 4 5 6 7 8 9 alles gut ich weiß die können wir hinterher auch wieder weiter einpflanzen und so aber wir brauchen nahrung so wir machen das hinterher richtig schön so folgendes hier kommt jetzt unsere hütte hin wir haben 15 sind nur 15 aber ist nicht schlimm unser haus wird ja erstmal gar nicht so groß na so dann fangen wir mal hier so an 1 2 3 achso wo kann ich eigentlich in den optionen die bäume wieder eckig machen hm 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 Hmm.